Beethoven ist ein sehr geschickter Vermarkter seiner Werke. Sein Neffe Karl steht wie ein Schuljunge daneben. Er ist gute 17 Jahre alt und ist, nachdem er mit einem hervorragenden Zeugnis die Schule verlassen hat, bei seinem Onkel eingezogen, um ihm zu helfen. Ich bin taub und meine Dienstmarkt ist blind, Herrgott im Himmel. Und schlecht waschen tut sie auch. Sie macht eher Flecke hinein, als sie welche herausbringt. Eine Sau bleibt eine Sau. Die Theaterverwaltungen wagen nicht mehr, mich zu spielen, seit die Zensur alles erstickt. Die Konzertunternehmer meiden mich, weil sie glauben, dass von mir schon lange nichts mehr zu erwarten ist, was dem billigen Geschmack des Pöbels, an dem sie verdienen, entspricht.